Hat er einen Spitzennamen oder ist es nur Watzsapf? Na, es ist jedes Mal anders, wenn Tali ihn Winzling oder kleiner Kerl nennt. Zuerst wollte ich, dass er sich groß fühlt. Wie Titan oder King. Oh, wie großer, böser Gassmer. Schnauze! Ich hab ihn als erstes Titan genannt. Ja, ich weiß. Ich dachte an King. King. King! Aber nur zwischen dir und mir. Ich hab ihn in letzter Zeit auch Nugget genannt und denke, ich bleibe dabei. Oh, Nugget! Ich weiß. Chicken Nuggies? Wie ein verdammter Goldnugget. Scheiße, das ist viel besser. Hahaha, nie im Leben. Warum hab ich nicht daran gedacht? Ich dachte, du hast es. Scheiße, verdammt, Al, das ist alles, woran ich denken kann. Es tut mir leid, aber Chicken Nuggets! Verfickte Chicken Nuggets! So weit ist es. gren